Bo, glaubst du, endlich ist die Luft raus bei mir. Ne, ehrlich, ich hatte den ganzen Körper voll Abgase. Ich mein, ich neige tendenziell schon seit klein auf zu Blähungen, aber was gestern geschossen wurde, das war ein Fall für die Genfer Konvention, ne? Ich sag's, so Blähungen hatte ich wirklich noch nie. Ich musste ein Pups nach dem anderen lassen, ne? Ich weiß auch nicht, woran das lag. Wir hatten keine Hülsenfrüchte im Haus oder Zwiebeln, denn das kam wie aus heiterem Himmel. Ich mein, das wär jetzt nicht weiter schlimm gewesen, weil zu Hause kann man sich ja schon mal ganz gut den ein oder anderen gehen lassen, ne? Das ist jetzt höchstens für die Frau nicht ganz so angenehm, aber es gibt ja immer noch einen Balkon, wo man sie im Notfall draufschicken kann. Ja, jetzt waren wir aber zu allem Unglück eingeladen gewesen, ne? Weil die Zervons zum Geburtstagskaffee trinken. Ich sag zu meiner Frau, Guste, ich kann da nicht hin. Du merkst doch, was in mir los ist. In meinem Zustand kann ich doch nicht untert Volk. Wann meinst du, wie schnell die den Kaffee aufhaben, ne? Ja, und dann sitzt der Opa Zervon allein in meinem Mief und ist ganz traurig. Ja, aber die Guste ließ nicht locker und sagte, ich könnt doch mal an mich halten, ne? Ja, wenn ich jetzt wieder nicht mitgeben, wär das doch ein regelrechten Affront für den ollen Zervon. Ja, nu, was willst du machen, ne? Da muss ich den Arsch zusammenkneifen, aber leichter gesagt als getan. Schon auf die Hinfahrt hab ich gelitten wie so'n verstopften Vergaser, ne? Da hab ich mir zum ersten Mal gewünscht, in nem Cabriolet zu sitzen. Und ich glaub, die Guste tat dann auch schon ein bisschen leid, mich überredet zu haben. Hör mal, wenn sich da im Auto einer ne Zigarette angesteckt hätte, hör mal, wir wären hochgegangen, ne? Ja, und wir waren kaum bei den Zervons angekommen, da ging das mit den nächsten Kollegen los, ne? Boah, ich hab mich gekrümmt wie so'n Klappmesser. Ich hab mir aber nix anmerken lassen, ne? Ja, da hab ich mich so den ganzen Nachmittag quasi durchgelogen, ne? Ja, also ständig die Schuhe zugemacht, ne? Obwohl sie zu waren oder Sachen aufgehoben, die ich vorher vorsichtshalber extra fallen gelassen hab, bis die Frau Zervon sagte, Was ist denn mit Sie los, Herr Herbert? Sie lassen ja alles fallen. Ja, aber ich mein, kannst du machen, was du wolltest, ne? Ab und zu rutschte mal einer mit raus, ne? Ja, und das dauerte auch nicht lange, da klachten die ersten Gäste schon über Kopfschmerzen und Übelkeit. Ja, die Zervons hatten keinen Balkon, ne? Wo die Opfer mal Asyl finden konnten, ne? Und irgendwann wurde die Guste dann zu peinlich, weil es verbreitete sich auch immer mehr die Meinung, dass ich wohl das faule Ei im Raum war. Ja, da haben wir uns ganz stückum verdünnisiert. Und im Aufzug kam dann der Befreiungsschlag. Äh mal, den hab ich ne Stinkbombe in den Schacht gesetzt, da werden noch die Kinder der Kinder der Mieter von schwärmen, ne? Ja, aber danach war dann gut. Tja, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die kannst du nicht aufhalten. Tja, es gibt Dinge, die Kinder der Mieter von schwärmen. Tja, es gibt Dinge, die Kinder der Mieterschläge von schwärmen. Eine J WORK con. Die act Träste, die Kinder der Mieter von schwärmen, sind PSG, bist du nicht kürgerisce, ja, die 1001-1899-2500 Mieter von schwärmifrån. Schöpfung! Ja, na E ard shells geschlossen,